Hallo, ich bin Sarah und ich bin als Sales Managerin für den Norden, vor allem auch Norddeutschland und hier in Hamburg zuständig. Hi, ich bin Jemima und ich bin für unsere B2B Kundinnen im Süden und im Ausland zuständig. Wie ihr alle wisst, machen wir noch immer unsichere und schwierige Zeiten durch. Dem möchten wir aber immer wieder aufs Neue etwas entgegensetzen. Seit letztem Sommer sind wir, wie ihr vielleicht auch schon wisst, GOTS zertifiziert und wir freuen uns total, dass unser allererster Produktionspartner nun auch diese Auszeichnung erhalten hat. Jetzt wollen wir euch unsere Spring Summer 23 Kollektion Matcha vorstellen. Wir bleiben weiterhin farbenfroh mit absolut tragbaren Teilen. Verschiedene Pink, Peach, Blau und Matcha Töne passen in die sommerliche Jahreszeit. Und viele Styles lassen sich auch untereinander kombinieren. Mal more casual und mal ein bisschen schicker. Ganz egal, wo ihr den Tag verbringt. Wir haben uns beispielsweise sehr gefreut, die Kollektion auf der Messe präsentieren zu können, nach langer Pause. Und haben uns dann oft für ein bisschen schickere Looks entschieden, wie zum Beispiel Anzug und Blazer. Wir haben diese Saison wieder einige Stoffe mit dabei, die wir euch später im Detail vorstellen werden. Unter anderem arbeiten wir das erste Mal mit Leinen, haben neue Stricktechniken ausprobiert und mit dem Terry-Stoff kommt auch eine neue Hubtrick dazu. Lass uns mal einen Blick auf die einzelnen Teile werten. Ein Highlight für den nächsten Sommer, das auch mein persönlicher Favorit ist, ist unsere Crochet-Kombi. Sie ist super modern, luftig, locker geschnitten und deswegen super angenehm zu tragen. Ich stelle euch ein weiteres Set vor, diesmal aus belgischem Leinen. Wir haben die Teile vergangene Saison als kleine Kapsel gelauncht und die war so erfolgreich, dass wir sie auch in die feste Kollektion integrieren wollten. Der Stoff ist super angenehm, luftig und leicht und die Teile können entweder in Kombi oder auch einzeln kombiniert werden. Eine Highlightfarbe für diese Saison ist unter anderem unser wunderschöner Lavender Ton. Ich zeige euch hier einmal das Helen Mini Dress. Ich persönlich würde das super gerne nächsten Sommer auf die Hochzeit von meiner besten Freundin anziehen und die ganze Nacht damit durchtanzen. Ich zeige euch einen Teil aus unserer Tencel-Line Mini-Kapse. Der Stoff ist eine echte Besonderheit in der Kollektion. Der leichte Glanz und die kühlende Haptik machen das hochwertige Material wirklich sehr angenehm zu tragen. Der Strickpolunder kann sowohl zu einer Jeans als auch über ein Kleid kombiniert werden oder zum Beispiel auch mit der Anzughose, die ich vorhin an hatte. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert davon wie wir und die Kollektion findet bei euch viel am Gdang. Wir sind gespannt, was eure Lieblingsteile sein werden.